Wien-Wahl 2020, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu einem Gespräch mit einem Spitzenkandidaten dieser Wien-Wahl. Bei uns in unserem Studio in der Maria-Hilfer-Straße ist heute Dominik Knepp, der Spitzenkandidat der FPÖ. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Und die Fragen stellt wie bei Gernot Blümel, Christoph Schwarz, der Leiter unserer Wien-Chronik, mit mir. Dominik Knepp, heute muss ich dazu sagen, normalerweise sind da immer viele Besucher draußen, die uns zuhören und zuschauen. Heute nicht. Hat nichts mit dem Dominik Knepp zu tun, sondern damit, dass heute schlechtes Wetter ist. Es regnet draußen. Schlecht Wetter, ist das auch ein Symbol für die FPÖ in diesem Wahlkampf anlässlich dessen, was da bei Sonnenschein in Ibiza passiert ist? Nein, im Gegenteil. Also ich merke positive Stimmung überall, egal wo ich herumtue. Ich bin ja unterwegs schon seit Wochen und Monaten im Gemeindebau bei Heuring in Beiseln. Also dort, wo wir ja auch noch den echten Wiener antreffen. Und ja, jeder ist froh, dass es noch eine Politik gibt der Bürgernähe und die auch die Wünsche, Sorgen und Ängste und Nöte der Wienerinnen und Wiener ernst nimmt. Und da gibt es eben jetzt mehrere Möglichkeiten. Am 11. Oktober will man eine Partei, die einen Staatsbürgerbonus vergibt bei Gemeindewohnungen, bei der Mindestsicherung. Und ja, bei der Familienbeihilfe gibt es eben nur eine Option, das ist die FPÖ. Und darauf können sich die Wienerinnen und Wiener verlassen. Zu dem Thema kommen wir alle noch. Aber wie oft hören Sie, wenn Sie Kontakt mit Bürgern haben, Ibiza, wie oft hören Sie Spesen-Affäre, da wurde ja Privatausgaben möglicherweise mit Parteigeld finanziert? Also wenn ich darauf angesprochen werde, und das ist sehr selten, ist allerdings jeder froh, dass wir dieses Problem losgeworden sind. Und ich bin persönlich auch froh, dass wir dieses Problem losgeworden sind. Jetzt kann man sich ja wieder darum kümmern, wofür ein Politiker da ist, nämlich die Lebenssituation der Wienerinnen und Wiener zu verbessern. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, bevor wir zu den Wien-Themen kommen, zu Ihrer persönlichen Einstellung zu Corona. Die FPÖ hat ja da groß gefeiert beim Wahlkampfauftakt ohne Maske, mit relativ wenig Abstand. Sie, als Sie jetzt hier reingekommen sind zu uns, haben zuerst keine Maske aufgehabt, dann haben Sie es doch aufgesetzt. Wie Sie gesehen haben, wir haben alle eine auf. Wie stehen Sie persönlich jetzt rein als Dominik Nepp dazu, zu dem Thema Abstand halten, zum Thema Maskenpflicht, aber auch vielleicht zum Thema Registrierung im Wirtshaus? Also wenn es vorgeschrieben ist, eine Maske zu tragen, auch in Gaststätten, dann trage ich auch Maske. Allerdings sehe ich viele Maßnahmen der Bundesregierung für überbordend. Es ist ein Eingreifen in Freiheitsrechte, ein Eingreifen in Bürgerrechte. Wenn man normal auf Handhygiene achtet, auf eine gewisse Distanz achtet oder auch, dass wenn man vielleicht sich krank fühlt, zu Hause bleibt oder auch ein krankes Kind nicht in die Schule schickt, ist es richtig so. Aber man braucht jetzt nicht dieser Panik- und Angstpolitik der Bundesregierung nachgeben und sich hysterisch machen lassen. Maskenpflicht ist richtig? Maskenpflicht ist dort wichtig, meines Erachtens, wo es Risikogruppen gibt. Das ist dort, wo ältere Menschen sind. Das ist dort, wo kranke Menschen sind. Das sind Einrichtungen wie Pflegeheime, wie Spitäler. Also hier bei uns halten Sie es nicht für notwendig. Wir sind jetzt nicht so alt, dass wir schon deswegen in die Risikogruppe fallen würde. Ich erachte es grundsätzlich in der Gastronomie für nicht notwendig, wenn man auch Abstand hält zum Nebentisch. Denn es ist schon auch, vor allem für das Personal, das in der Gastronomie arbeitet, einerseits eine Qual bei großer Hitze, so wie es jetzt im Sommer war, mit einer Maske Tag aus, Tag ein herumzuhetzen im Schanigarten und sein bestmögliches Tun für den Konsumenten. Und man sieht ja auch, wenn man sich mit Unternehmen unterhält, sei es jetzt kleine Kaffeehäuser, Beiseln. Die sagen alle, dass auch der Umsatz einbricht, weil auch die Maske in der Gastronomie auch vom Kunden und vom Konsumenten nicht gewünscht wird. Christoph? Jetzt ganz aktuell nicht nur die Maske, sondern die Registrierungspflicht, vielleicht auch noch die Nachfrage. Ist denn die sinnvoll? Denn gestern haben Sie den Bürgermeister ja als Corona-Diktator bezeichnet in einer ersten Reaktion. Also ich habe gesagt, die zwei, nämlich Blümel und Ludwig, matchen sich darum, wer am Ende den Titel Corona-Diktator bekommt. Warum habe ich das so scharf formuliert? Weil es ein Eingriff ist in Bürgerrecht und Freiheitsrecht. Und wenn man sich jetzt registrieren muss, wenn man ein Lokal betritt, dann sieht man ja, dass das schon in Deutschland nicht funktioniert hat. Es gab in Hamburg den einen Fall, wo in einem Lokal dann Corona festgestellt wurde. Es gab eine Gästeliste von 600 Gästen. Und zwei Drittel davon konnte man nicht ausfindig machen, weil keiner weiß, wo Micky Maus wohnt. Keiner weiß, wo Bin im Urlaub wohnt. Und keiner weiß, wo Franz Prost gewohnt hat. Und insofern sieht man, dass sich die Menschen auch nicht registrieren lassen wollen. Und das ist ein Schnüffeln in die Privatsphäre hinein. Ein Schnüffeln ja direkt bis zum Barhocker des Staates. Und das ist als freiheitliche Partei, die ja Freiheit groß im Namen geschrieben hat, nicht tolerierbar. Welchen Zweck, glauben Sie, verfolgt die Regierung damit? Na, wenn man sieht, dass auch in Deutschland, und da ist jetzt auch ein großer Artikel rausgekommen, sogar die Polizei zugegriffen hat auf die ganzen Registrierungskarten. Nicht wegen Corona-Fällen, sondern weil vielleicht in der Nähe ein Diebstahl passiert ist, weil in der Nähe ein kleineres Delikt passiert ist. Ist man sofort herumgegangen in den Gaststätten und hat dann dort diese Namenslisten dann durchforstet. Und da kommen Menschen in Verdacht, die damit nichts zu tun haben, wo man sieht, dass dieser Datenschutz einfach nicht mehr gewährt ist. Das ist aber jetzt eher ungewöhnlich für die FPÖ, denn härtere Maßnahmen, die dazu beitragen, Verbrechen aufzuklären, hätten sie ja bisher eher nicht gestört, oder? Ja, aber unschuldige Bürger gehören nicht belästigt. Sonst könnte man überhaupt alles offenlegen und der Staat darf reinschnüffeln, bis in die tiefste Privatsphäre, mit wem man sich trifft. Ich kenne auch zahlreiche Journalisten, wenn man sich auf ein Hintergrundgespräch trifft oder vielleicht auch Informationen austauscht, die vielleicht heikel sind. Ich glaube, ich mag keine der beiden Seiten, dass man weiß, wer sich wo getroffen hat. Und genauso geht es auch den normalen Wienerinnen und Wienern, die vielleicht jetzt nicht als Journalist tätig sind oder nicht als Politiker tätig sind. Die wollen einfach nicht, dass man dahin nachschnüffelt, wer sich mit wem wo trifft. Ein anderes heikles Treffen wäre jetzt auch im Wahlkampf geplant gewesen, und zwar von einem Privat-TV-Sender. Der wollte Sie nämlich gemeinsam mit Ihrem ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache in eine Gondel des Wiener Riesenrats setzen. Und Sie haben gesagt, nein, das wollen Sie nicht. Warum haben Sie Angst, alleine in einem Raum mit Strache gefilmt zu werden, oder? Überhaupt nicht. Aber es gibt immer ein Objektivitätsgebot auch von Medien. Und es gibt zahlreiche Duelle auch mit Heinz-Christian Strache im ORF auf Puls 4, wo es selbstverständlich ist, dass auch wir als Liste 2, als zweitstärkste Fraktion bei den letzten Wahlen auch die Möglichkeit haben, mit dem Bürgermeister Ludwig von der Liste 1 zu debattieren. Auch mit einer Birgit Hebein, auch mit einem Herrn Blümel, auch mit einem Herrn Wiederkehr. Und nicht ausschließlich mit einer Splitter-Gruppe, die es eh nicht schafft, in den Landtag einzuziehen. Und da sieht man halt, dass es da journalistische Tricks gibt und Kniffe gibt, um da vielleicht ein Duell herbeizuschreiben, dass keines ist. Denn der Wähler hat sich ja schon entschieden. Dort Umfragewerten gründelte Herr Strache bei 2 bis 3 Prozent herum und wird den Einzug nicht schaffen. Dementsprechend ist auch jede Stimme dorthin eine verlorene Stimme. Also die Entscheidung der Wähler fällt erst am 11. Oktober, nicht in einer Umfrage. Aber im Minister, ehemaliger Vizekanzler, Ihr ehemaliger Parteichef, vielleicht sogar auch Ihr ehemaliger Freund. Mit dem würden Sie nicht diskutieren? Ich diskutiere mit ihm, habe ich auch gesagt, auf ORF, auf Puls 4. Aber sicher nicht, dass sich ein TV-Sender die Rosinen vielleicht rauspickt und die Duelle dann so einteilt, wie es eine Redaktion will. Und da sieht man halt schon, dass es unabhängige Sender gibt, die das machen, die die Objektivität auch groß geschrieben haben. Und leider gab es auch keine Elefantenrunde beim Kurier, weil der Herr Blümel abgesagt hat. Auch auf die hätte ich mich sehr gefreut. Aber da sieht man, wenn der Herr Blümel absagt, wirklich eine gesamte Elefantenrunde abgesagt, ist auch nicht gerade fair. Eine Elefantenrunde ohne einen Elefanten geht nicht. Ja, aber dann gäbe es aber nirgendwo vielleicht Elefantenrum, weil einmal passt es dem nicht, einmal passt es den anderen nicht. Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, dass auch jeder mit jedem debattieren kann. Und dafür bin ich auch gerne bereit. Deswegen sind Sie auch bei uns im Studio heute. Aber ich möchte noch einmal zu Ihrem Verhältnis und zu dieser Zeit mit Heinz-Christian Strache zurückblicken. Jetzt gibt es ja den Vorwurf, neben dem, was man in Ibiza-Video gesehen hat, gibt es ja auch den Vorwurf, Heinz-Christian Strache hätte Privatausgaben mit FPÖ-Geld bezahlt, dafür sollen Belege gefälscht oder falsche Belege eingesammelt und abgerechnet worden sein. Jetzt waren Sie jahrelang der Finanzreferent, der Kassier sagt man vielleicht in einem normalen Verein am Land, dazu der FPÖ. Und wenn diese Machenschaften, sie sind ja nicht bewiesen, sie sind derzeit nur behauptet und Kriminalpolizei ermittelt, wirklich gestimmt haben, dann muss Ihnen doch über die vielen Jahre aufgefallen sein, von dem Restaurant X gibt es heute Abend, wo offensichtlich der Heinz-Christian oder gestern Abend, wo der Heinz-Christian Strache gewesen ist, fünf verschiedene Belege. Fragt man da nicht einmal nach und sagt, stimmt da was nicht oder war das eine Folgungsweise, die bis oben hin bis zum Kassier geduldet war? Also wenn so etwas stattgefunden hätte, dass von einem Abend gleich fünf Belege von einem Lokal auf den Tisch gekommen wären, dann wäre das natürlich aufgefallen. Aber wir sind geschädigt in diesem Verfahren und das Wesentliche bei einem Betrug ist ja die Täuschung. Und diese Täuschung hat stattgefunden, wo man mit plausiblen Belegen, das geht ja nicht nur durch meine Hand, da gibt es ein internes Kontrollsystem, da gibt es eine Buchhaltungsabteilung, bis hin zu einem externen Wirtschaftsprüfer, der ja auch dem Rechnungshof berichten muss. Und ich glaube, der hat sich auch nicht absichtlich täuschen lassen. Also man sieht, da gab es eine große Täuschung und dieses System gibt es schon laut den Ermittlungsakten seit 2006. Da gab es mich noch gar nicht als Finanzreferenten und noch gar nicht in der FPÖ. Also man sieht, das ist ein lang anhaltendes System, das jetzt seit über 14 Jahren sicher breit gemacht hat. Aber das Wichtige ist, dass ich damit Schluss gemacht habe, aufgeräumt habe und wir werden uns auch jeden Cent zurückholen, denn das ist ja auch nicht Geld, das die FPÖ hat für sich, sondern es ist Steuergeld und deswegen ist es auch ein Betrug am Steuerzahler und deswegen fühle ich mich verpflichtet, auch hier für den Steuerzahler jeden Cent zurückzuholen. Aber als Finanzreferent ist Ihnen nie aufgefallen, dass die Gesamtsumme etwas hoch ist. Ihnen ist nie aufgefallen, dass da Computerspiele, vielleicht auch Medikamente abgerechnet werden. Ich bin auch Ihnen Vorstand eines kleinen Tennisklubs, da wird genau geschaut auf jeden einzelnen Beleg. Bei Ihnen offensichtlich nicht, da ist das über viele Jahre durchgerutscht. Was macht sonst der Finanzreferent der FPÖ eigentlich, wenn er auf sowas nicht schaut? Herr Grasl, glauben Sie ernsthaft, dass man Computerspiele oder wie Sie es nennen oder Privatausgramm wie Gucci-Schuh, glauben Sie ernsthaft, das haben wir abgezeichnet? Solche Rechnungen finden sich eben nicht in unserer Buchhaltung. Aber aufgrund dieser doppelten Buchhaltung mit einer Schwarzbuchhaltung, die aufgrund von einer Hausdurchsuchung bei einem Büromitarbeiter von Herrn Strache dann aufgefunden wurde, ist ja dieser Schaden erst bekannt geworden. Und ja, das war eine Täuschung, eine langjährige Täuschung, wo das System eines Abrechnungssystems von Anfang an ausgetrickst wurde. Aber wichtig ist, dass ich jetzt eingesetzt habe, neben dem Wirtschaftsprüfer auch noch Quartalsberichte, auch noch das interne Kontrollsystem verstärkt hat und es gleich von Anfang an eben nicht diesen Beschluss eines Spesendarlehens gibt, sondern nur noch Rechnung gegen Beleg. Heinz-Christian Strache sieht das natürlich ganz anders. Jetzt war zuletzt die Rede von mehr als einer halben Million Euro Schaden. Und Strache sagt, es würden da jetzt Kosten reingerechnet, die im Rahmen ganz normaler Wahlkampfauftritte, Wahlkampftouren entstanden sein, unter anderem bei Abenden im Wirtshaus mit Bürgern. Und da sagt er, da hätten Sie immer wesentlich mehr getrunken als er. Wer ist denn der Trinkfestere von Ihnen beiden? Also ich glaube, jeder, der das Video gesehen hat, wenn man mehr trinken kann, wie der Heinz-Christian Strache, endet das sicher letal. Das überlebt dann kein Mensch. Dementsprechend sehe ich es jetzt gelassen, wenn er jetzt beginnt, so zu handieren. Und Heinz-Christian Strache ist aber auch nicht der Gegner für mich. Aber waren Sie bei diesen Amten dabei oder nicht? Also es gibt sicher Wahlkampfauftritte, wo viele Menschen dabei waren. Aber es hat jetzt auch nicht in dem Sinn zu tun, dass legitime Wahlkampfkosten abgerechnet wurden, sondern dass ein Privatleben finanziert wurde durch Scheinbelege. Das ist jetzt beim Kriminalamt, das wird ermittelt. Wir sind Geschädigte in dem Verfahren. Wir haben uns als Privatbeteiligte angeschlossen. Und ja, wir werden sehen, was rauskommt. Der Schaden ist enorm. Sie haben es jetzt schon gesagt. 580.000 Euro ist bis jetzt ermittelt worden seit dem Jahr 2006. Reden wir über Wien, würde ich sagen. Sie kritisieren ja immer sehr stark auch die Integrationspolitik in Wien, die Ausländerpolitik, um es ganz direkt zu sagen vielleicht, wie Sie auch sagen würden. Jetzt hat die letzte Studie gezeigt, dass in Wien in den Schulen ein sehr hoher Anteil an Kindern ist, die nicht deutsche Sprache als Muttersprache und auch nicht als Umgangssprache haben. Wenn Sie in Wien an der Macht wären, was genau würden Sie tun, um dieses Problem zu lösen? Man muss ja Integration auch einfordern. Und man muss selbstverständlich schauen, dass die Kinder Deutsch können. Und jetzt ist leider aufgrund dieses Integrationsbericht das wahr geworden, was wir schon seit Jahrzehnten anprangen. Nämlich, dass Kinder in die Schule gehen, die kein Wort Deutsch sprechen, die Deutsch nicht als Umgangssprache pflegen, weil sie es eben nicht können. Und da war unser Modell, und das haben wir schon präsentiert im Jahr 2003, wäre natürlich von Anfang an das Richtige gewesen. Nämlich Deutsch vor Schule. Dass man schaut, kann das Kind Deutsch sprechen? Und wenn nicht, geht es in eigene Deutsch-Lernklassen, um dort die deutsche Sprache zu lernen. Das dauert vielleicht ein Semester, zwei Semester, vielleicht, wie gesagt, ein Jahr. Aber das ist wichtig von mir aus, dass man hier genau hinschaut, dass ich in diesem ersten Jahr die Sprache erlernen kann. Weil sonst stehen wir jetzt vor dem Problem, das wir jetzt haben. Nämlich, dass dann Kinder als außerordentliche Schüler dann durchgenommen werden, von der ersten bis zur dritten. Diese Deutschklassen gibt es ja, das hat ja Ihre Partei eingeführt mit der ÖVP auch gemeinsam, dass es Kinder, die nicht Deutsch können, einfach vorher in eine Deutschklasse gehen müssen. Genau, richtig. Aber man kann jetzt mit der Einführung, dass vor ein, zwei Jahren passiert ist, ja nicht eine sofortige Umkehr der Situation erwarten von einem jahrzehntelangen Misswirtschaften im Rahmen einer Zuwanderungs- und Integrationspolitik seitens der Stadt Wien. Und mich hat es immer gewundert, dass gerade die Stadt Wien sich so wehrt, dass die Kinder in Wien Deutsch lernen, dass sie sich so gewehrt haben, auch damals in der Bundesregierung, wo wir das umgesetzt haben, diese Deutsch-Lernklassen, dass in Wien umgesetzt wird. Da hat es immer geheißen, da gibt es zu viel bürokratischen Aufwand. Man darf die Kinder da nicht rausnehmen, weil man sieht, wie wichtig es ist, weil Integration beginnt selbstverständlich auch mit dem Erlernen der Sprache. Sie sind Vizebürgermeister, allerdings ohne Ressort. Ihre Partei stellt auch einige nicht amtsführende Stadträte. Das kostet die Wienerinnen und Wiener relativ viel Geld jedes Jahr. Sind das aus Ihrer Sicht Posten, die man streichen könnte? Also ich sage immer, es heißt vielleicht bei uns nicht amtsführende Stadträte. In Innsbruck heißt es kontrollierende Stadträte. In Wirklichkeit haben wir das größte Ressort, nämlich die Skandale der SPÖ aufzudecken. Und da ist uns sehr viel gelungen in den letzten fünf Jahren, sei es das Krankenhaus Nord, das wir aufgedeckt haben, dieser Bauskandal und Milliardenskandal, wo wir nur Kraft unserer Stärke, Kraft unserer freiheitlichen Stärke im Gemeinderat oder auch im Staatssenat es möglich gemacht haben, einen Bundesrechnungshof anzurufen, der dann eben geprüft hat und genau das festgestellt hat, was wir befürchtet haben, dass es hier zu einem Skandal gekommen ist, dass das Krankenhaus Nord nicht 850 Millionen gekostet hat, sondern 1,6 Milliarden. Das ist ja der Wahnsinn, was man gerade in der Gesundheitspolitik der SPÖ vorwerfen muss. Und dafür sind unsere Stadträte auch da, nämlich beinhart zu kontrollieren. Aber Herr Vizepräsident, diesen Skandal hätten Sie ja auch als Gemeinderat aufdecken können. Da brauchen Sie nicht das Gehalt eines Vizepräsidentes dafür, oder? Nein, aber es gibt selbstverständlich Akten, die nicht im Gemeinderat sind, sondern die nur durch die Landesregierung gehen, die nur im Staatssenat zu behandeln werden. Dementsprechend ist es wichtig, dass es auch kontrollierende Stadträte gibt, die nämlich der SPÖ auf die Finger schauen und den Grünen auf die Finger schauen. Aber wenn wir das abschaffen wollen, sage ich sehr gerne, dann soll uns der Herr Ludwig ein Ressort übergeben. Da verlange ich den Sicherheitsstadtrat, denn Ludwig hat er erklärt, als er das Amt des Bürgermeisters übernommen hat, darauf, dass er die Sicherheit oder das Sicherheitsthema zur Chefsache machen will. Jetzt, wenn man sieht, wo es in Wien Bandenkriege gibt, wo es eine Scharia-Polizei gibt, wo es in Favoriten Straßenschlachten gibt, muss man ja sagen, dass der Herr Ludwig, der Bürgermeister Ludwig, ja versagt hat in diesem Thema Sicherheit. Und da ist es besser, es gibt einen Sicherheitsstadtrat, einen freiheitlichen Sicherheitsstadtrat, damit man wieder für Sicherheit und Ordnung für die Wienerinnen und Wiener sorgen kann. Was würde dieser freiheitliche Sicherheitsstadtrat denn zum Beispiel in Favoriten tun? Also erstens einmal wäre es wichtig, dass man diese gesamte Kapperltruppen, sage ich jetzt einmal, da gibt es die Waste Watchers, da gibt es die Parkraumüberwachung, einmal vereinheitlicht, im Sinne, dass die Effizienz und die Effektivität gesteigert wird, um ein einheitliches Ordnungsamt zu schaffen in Wien, was andere Städte auch haben, wie zum Beispiel München, um die Polizei in ihren Agenden zu entlasten. Und dann könnte die Polizei natürlich auch in Favoriten ganz genau schauen und kontrollieren, wenn der politische Wille da ist. Der politische Wille fehlt nur leider beim Innenminister Nehammer, denn er hätte von Anfang an diese Demonstrationen untersagen sollen, verbieten sollen, denn es kann ja nicht sein, dass hier ethnische Konflikte auf Wienstraßen ausgetragen werden, wo Favoriten, wenn Pulverfass ist, was jeden Abend in die Höhe gehen kann und explodieren kann. Und jetzt kommen wir darauf, das waren ja eigentlich nicht nur PKK-Kurden gegen Erdogan-Fans, sondern im Endeffekt haben 30 Nationen daran teilgenommen. Das Demonstrationsfreiheitsrecht, das wollen Sie nicht beschneiden. Das bleibt auch unter einem Sicherheitsstaatrat, Domenik Neb. Also ich sage Ihnen eines, wenn es dazu kommt, dass Demonstrationen dann so enden, dass Einkaufsstraßen verwüstet werden, dass sich Menschen fürchten, auf die Straße zu gehen, dass die Polizei attackiert werden. Aber da greift doch die Polizei ein, wenn es zu Ausschreitungen kommt, greift die Polizei ein. Wollen Sie solche Demonstrationen von vornherein, wo Sie gar nicht wissen, was passiert, dann wirklich verbieten, schon im Vorhinein. Also wenn ich schon weiß, diese Demonstration ist eigentlich nicht eine Demonstration im Sinne des Demonstrationsrechtes, wie Sie meine, sondern einzig und allein, um auf die Straße zu gehen, um hier Fensterscheiben einzuschlagen, um auf Passanten loszugehen, um ethnische Konflikte auszutragen, dann gehören solche Demonstrationen untersagt, und es wäre auch jetzt schon möglich, es zu untersagen, das ist jetzt kein Eingriff ins Demonstrationsrecht, sondern man könnte es jetzt schon von Anfang an untersagen. Nur Innenminister Nehammer macht nichts dagegen. Wie gefällt Ihnen eigentlich die Maria-Hilfer-Straße, so als Begegnungszone? Ich muss Ihnen ehrlich sagen... Es hat ein Lkw gerade vor uns geparkt, jetzt sieht man vielleicht nicht alles, aber die Grünen haben das eingeführt und eigentlich wirkt das so unter Tag, wenn man hier sitzt, recht gemütlich. Ja, dann müssen Sie nur mit den Wirtschaftstreibenden auch hier reden, die das oft nicht so gemütlich finden, weil dieser Umbau natürlich zu einer Umstrukturierung geführt hat von den alteingesessenen Unternehmen, wo viele aufhören mussten und wo sich jetzt auch immer mehr Anrainer melden, weil es einfach am Abend hier zu Lärmbelästigungen kommt, zu Radau kommt. Dementsprechend ist es vielleicht für ein gewisses Publikum von den Grünen recht angenehm, aber das kennen wir von vielen Bereichen, dass gerade die Grünen nur einseitig schauen, auf ihr Klientel schauen, sei es bei Pop-up-Ratwegen, sei es beim Gürtelpuhl, sei es bei anderen Verkehrsschikanen, wo man halt Autofahrer schikanieren will. Wir schauen auf das Gesamtwohl für alle und nicht nur auf eine kleine Gruppe. Aber ganz stimmt das jetzt nicht, gerade das Beispiel der Maria-Hilfer-Straße, das sagt auch die Wiener Wirtschaftskammer, ist auch finanziell wirtschaftlich ein Erfolgsbeispiel. Die Basantenzahlen sind gestiegen, die Wirtschaftstreibenden sind laut Kammer zufrieden. Stimmt das alles nicht? Es ist immer schön, wenn das die Kammer sagt, die Kammer befragt dann ihre eigenen Funktionäre, die nichts anderes sagen können, als dass das alles leibernd ist. Die ÖVP hat das nicht mit eingeführt. Das war eine rot-grüne Entscheidung. Ja, aber die Wirtschaftskammer stand auch von Anfang an schon hinter diesem Projekt. Aber wenn man herumgeht und schaut, wie sich die Straße verändert hat, auch vom Angebot her, dann sieht man, dass viele alteingesessene Unternehmen einfach nicht mehr existieren, dass viele aufgehört haben. Und ja, so kann man auch eine Stadt verändern, wenn man will, wie es die Grünen wollen. Es ist nur nicht unser Weg. Der Kurier ist hergekommen, ist auch ein alteingesessenes Unternehmen. Das wollen wir an dieser Stelle nur sagen mit unserem Studio hierher. Ja, einmal müssen wir noch auf Heinz-Christian Strache zu sprechen kommen. Denn sehr vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, das hört man auch von ihm. Wo liegt denn, wenn Sie das den Wählern knapp und kurz erklären müssten, der Unterschied zwischen Ihrer Politik und der die Heinz-Christian Strache anbietet? Also uns wird es auch noch nach dem 12. Oktober geben, und ihn nicht mehr, weil er den Einzug nicht schafft, in den Landtag und in den Wiener Gemeinderat. Darum ist eben eine Stimme der Nachhaltigkeit im Sinne eines rot-weiß-roten Schutzschilds für die Wiener Bevölkerung seit über 60 Jahren die FPÖ. Und wenn sich jetzt Heinz-Christian Strache sich jetzt hier selbstständig macht und meint, eine andere Politik machen zu müssen wie die FPÖ, dann sollten Sie mal den Herrn Strache fragen, worin er sich unterscheiden will. Ich kann Ihnen sagen, wofür wir stehen, nämlich, dass es einen Inländerbonus gibt, eine Staatsbürgerbevorzugung, sei es bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, sei es beim Erhalter Mindestsicherung, sei es beim Erhalter Familienbeihilfe. Da sind wir die erste Adresse, da weiß die Wienerin, der Wiener auf uns ist Verlass. Jetzt hat Bürgermeister Ludwig, kann man vielleicht noch auf diese Inhalte auch zu sprechen, einen Wien-Bonus auch eingeführt, schon vor einigen Jahren in unterschiedlichen Bereichen. Ihr Inländerbonus, inwiefern unterscheidet sich der da? Also der Wien-Bonus von Ludwig zielt ja nicht auf die Staatsbürgerschaft ab, sondern lediglich auf die Dauer, die sich ein Mensch in Wien befindet. Und das ist nicht unser Zugang. Wir sagen, dass gerade in einer Ressourcenknappheit, und Corona bedeutet eine Ressourcenknappheit im Sinne eines wirtschaftlichen Abschwungs. Wir haben Kurzarbeit, die in die Höhe geht, wir haben viele, viele Arbeitslose. Wir haben eine Pleitewelle dann ab dem nächsten Quartal, nämlich wenn die Stundungen und die Kredite fällig wären, die jetzt der Herr Blümel noch zwar generös über die Wiener Wahl schleppt, aber danach kommt dann die Katastrophe, die er verursacht hat. Und da sieht man eben, dass diese Corona-Maßnahmen, die der Herr Blümel gemacht hat, einfach auch nicht ankommen. Er freut sich immer über Stundungen, er freut sich über Kredite. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob er überhaupt der richtige Mann ist als Finanzminister, wenn er nicht weiß, dass Kredite zurückgezahlt werden müssen, dass Stundungen irgendwann einmal fällig werden. In der letzten Diskussion hat er sich gefreut, dass die Steuerstundungen ähnlich gezahlt werden müssen, weil die Unternehmer so viele Verluste haben in diesem Jahr und die könnte man mit den Gewinnen der vorigen Jahre dagegen rechnen. Also man sieht, er kennt sich von vorn bis hinten nicht aus und wir wären eine Pleitewelle im Herbst bekommen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie dieses Thema ansprechen, weil wir haben das Interview mit Ihnen ja auch in der Zeitung, so wie alle anderen Interviews angekündigt. Und da haben wir jetzt einen Leserbrief bekommen, der mich bittet, Ihnen diese Frage zu stellen. Ich lese Ihnen vielleicht ganz kurz vor. Immer wieder hört man von Dominik Nepp, dass die staatliche Corona-Hilfe nicht ankommt. Herr Nepp und seine Gattin und seine Familie besitzen in Wien ein Geschäft für Schreib- und Papierwaren. Als Kunde habe ich dort mitbekommen, dass das Unternehmen sowohl die Kurzarbeit als auch den Fixkostenzuschuss beantragt hat und dieses Geld auch ausbezahlt wurde. Wenn das stimmt, finde ich die Aussagen von Herrn Nepp ungeheuerlich. Ich versuche eben daher, diese Frage zu stellen, ob er es ernst meint, dass die Corona-Hilfen nicht ankommen. Stimmt das, dass die Unternehmen ihrer Frau, ihrer Familie Geld bekommen hat? Also Fixkostenzuschuss haben wir nicht bekommen, haben wir auch nicht beantragt, weil eben der Fixkostenzuschuss vollkommen daneben vorbeigeht an den Wünschen und Bedürfnissen der Unternehmer. Und wenn jetzt auch der Fixkostenzuschuss 2 nicht kommt, weil laut Blümel angeht, ob ich die EU das nicht auszahlen will, ist es interessant, dass dann die EU sagt, eigentlich hätte man sich nur drei Stunden hinsetzen müssen und diesen Antrag richtig ausfüllen müssen. Also Fixkostenzuschuss nicht? Sagen Sie Kurzarbeit? Kurzarbeit gab es anfangs riesen, riesen Probleme, weil selbst die Kurzarbeit von der Bundesregierung dann auf eins, zwei, drei Etappen novelliert werden musste, bis es überhaupt funktioniert für den einzelnen Unternehmer. Und ja, Kurzarbeit wurde auch beantragt. Schattig garantierte Kredite für die Liquidität auch? Nein, brauchen wir nicht. Ist nicht geflossen. Noch dazu sage ich Ihnen eines, die ganzen Unternehmer, die jetzt diese Kredite aufnehmen, die machen das ja auch nicht freiwillig, sondern aus einer Not heraus. Das habe ich ja nicht behauptet, dass das so ist. Sie behaupten nur, dass das Geld nicht ankommt und uns hat eine Leserin geschrieben, dass das nicht stimmt. Gerade in Ihrem Unternehmen sei das angekommen. Das Geld kommt auch nicht an für viele, die es benötigen. Wir haben zum Glück ein Unternehmen, das es nicht benötigt. Aber es gibt viele, viele da draußen, die es benötigen und dort kommt das Geld nicht an. Gehen Sie einmal herum, fragen Sie in zehn Geschäften nach. Ich sage Ihnen, dass neun von zehn dort sicher angesucht haben und das Geld nicht bekommen, weil es nicht funktioniert. Und selbst bei diesen Krediten, das klingt ja so generös und gönnerhaft, wenn Herr Blümel sagt, er vergibt Kredite, muss ich mir auch die Wahrheit sagen, den Unternehmern. Nämlich, dass er zuerst auf das Vermögen des Unternehmens zugegriffen wird. Das heißt, das Unternehmen geht pleite, eine Firmeninsolvenz. Dann wird auf das Vermögen des Geschäftsführers und der Gesellschaft dazu gegriffen. Das heißt, dann gibt es Privatinsolvenz und erst dann am Schluss haftet der Staat für die offenen Beträge und überweist aber das Geld nicht den Unternehmern, nicht den Gesellschaften oder Geschäftsführern, sondern direkt der Bank. Das heißt, in Wirklichkeit hat der Herr Blümel die Banken gerettet, aber nicht der einzelnen Unternehmer. Sie haben Ihre Stimme schon abgegeben. Da gibt es auch sehr schöne Fotos davon. Wie viel Prozent der Wienerinnen und Wiener, glauben Sie, werden denn noch die FPÖ wählen bei der Wahl? Ab wann ist es ein Wahlerfolg? Also es werden viele, viele Wählerinnen eine Stimme für die FPÖ abgeben. Der Zuspruch ist ja auch positiv, egal wo man hinkommt, weil wir die einzig rot-weiß-rote Vertretung sind. Und wie hoch das jetzt sein wird, ob das jetzt 11, 12, 13, 15 oder 20 sind, wie stark dieses Gegengewicht ist, dieses patriotische Gegengewicht, das entscheidet dann der Wähler am 11. Oktober. Zählen begonnen, die Umfragen sagen eher 9 oder 10. Wenn es nicht zweistellig ist, ist es dann eine Wahlniederlage für Sie persönlich auch? Schauen Sie, an so ein Ergebnis denke ich gar nicht. Ich habe die Partei übernommen nach Strache mit Spesen, mit Ibiza bei 6 Prozent. Und durch ehrliche, konsequente, patriotische, heimatbewusste politische Arbeit haben wir uns einen Prozentpunkt nach dem anderen zurückgeholt. Das werden wir jetzt auch noch weiter betreiben bis zur Wahl. Und ja, wie hoch es dann ausgeht, 11, 12, 13, 15, 20, das entscheidet dann der Wähler am 11. Oktober. Wenn es einstellig ist, sind Sie dann nachher noch FPÖ-Chef? Also an sowas denke ich gar nicht. Sie werden sehen, wir werden einen gewaltigen Erfolg haben. Und da wird es noch viele, viele lange Gesichter geben bei den anderen Parteien am 11. Oktober, wenn es ein starkes, rot-weiß-rotes, patriotisches Signal gibt. Wird es nach der Wien-Wahl einen neuen FPÖ-Chef auf Bundesebene geben? Es schwirren da massiv die Gerüchte herum, dass Norbert Hofer nicht mehr lange an der Spitze der FPÖ stehen wird und man nur diese Wahlniederlage hier in Wien erst abwarten wird. Also Norbert Hofer ist auch, genauso wie ich, bis zu den Zehenspitzen motiviert und kämpft mit Leidenschaft auch hier im Wiener Wahlkampf mit. Und deswegen ist auch für mich Norbert Hofer derjenige, der auch die Obmannschaft in Zukunft weiter übernehmen wird. Ja, dann bedanken wir uns, Dominik Nepp, für dieses Interview, das Christoph Schwarz, der Leiter unseres Wien-Ressorts, mit mir gemeinsam geführt hat. Wir werden dem vielleicht noch weiter nachgehen, wie das mit den Zuschüssen aussieht. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie bei uns mit dabei waren. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.